Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin wieder zu Hause! Ach nee, was soll denn das? Sarah! Warum räumst du denn das Eis nicht wieder weg? Und die Eisschranktür ist auch nicht zu! Mensch, das taut doch alles auf! So eine Sauerei! Sarah! Spinat tropft grün auf dem Boden herab, die ganze Küche ist versannt. Ich hab's dir hundertmal gesagt, schließ die Tür, damit's nicht taunt. Das Eis, es schmilzt so schnell, der Eintopf ist dahin. Die ganze Tupperei macht so keinen Sinn. Fischstäbchenmatsch, ich kann's nicht sehen. Nein, das darf nie, das darf niemals geschehen. Die muss man kühlen, sonst sind die hin. Salmonellen drin. Aufgetaut, aufgetaut, warum hast du es nicht verstaut? Aufgetaut, aufgetaut, die Kühlkost ist versaut. So ein Scheiß, mein Gott, jeder weiß, so schmilzt das Eis. Mama! 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 Mama, was machst du denn da auf dem Tisch? Und warum hast du mein Elsa-Kostüm an? Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Mama! Mama! Mama!